Hallo, wir haben eine kleine Sache für euch vorbereitet. Kann ich nicht mal der sein? Hm, jetzt... äh, okay. Wie kann ich? Doch! Kann ich nicht mal der sein? Nee, am Anfang muss ich immer der sein. Das ist immer rot, also der erste. Oh, super. Ich bin der, weil ich mich am Anfang als erster... Gut, dann mach. Du bist klar. Also nicht das erste Mal, dass wir das machen. Ja, das ist das erste Mal. Na, okay. Wir haben schon einmal versucht. Dann wäre der eine nicht auf uns. Dann haben wir gedacht, wir nehmen auf, aber dieses Aufmarmung hat nicht geklappt. Das ist ein bisschen doof. Oh, ich kann da hin. Wie ist das? Cristiano Ronaldo? Und du, Floreno. Ich kann. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Der kommt da aber nicht in die Eier. Wir sind die gleichen Mannschaften, die gleiche Aufstellung, alles gleich Das haben wir schon einmal gemacht, da habe ich aber irgendwie 5-0 gewonnen Das haben wir mit Hertha PSC gemacht Leider nicht aufgenommen Oh, Scheiße Was ist das? Kann ich nur so verkacken Glamage Wo ich dachte, andere Spiele gewonnen habe Oh Amen Ich bin ja rot Ich spiele auch manchmal auf meiner Xbox und da bin ich immer blau Also, ich will mich immer daran gewöhnen Aber du bist ja blau Egal Ja Und es war wieder eine Knalle Kassiers ist halt gut Kann ich nicht machen Die Geschichte der Real Madrid wurde immer von der Rivalität zum FC Barcelona Also, okay Die Begegnungen zwischen diesen beiden Vereinen Zwischen Real Madrid und Real Madrid Oder so, ey Die ist so ein Spinel Nee, die haben Barcelona und so was Echt? Ja Ja Ach nee Jetzt gibt es eine Ecke Nee Wo bin ich? Ich bin weg Wieso schießt du immer? Ja Das ist meine Taktik Um dort zu schießen Soll ich mal Ich habe mal ein richtig geiles Tor gemacht In dem Ja, mein Freund hat auch immer von der Mittellinie ein Tor gemacht Aber auch immer einmal Und er hat schon Keine Ahnung Nein Nein, 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 nein miss Wieso schießt du immer mit x ? Weil man mit x schießt Nein, mit b Scheiße Wenn x die ganze Zeit man schießt mit x x ist Flangen Kein Wunder dass du immer daneben schießt Torwart gegen Torwart! Torwart gegen Torwart! Torwart gegen Torwart! Torwart gewinnt! Juhu! Mist! Jetzt hab ich endlich mein Tor geschafft! Jetzt hab ich mein Tor geschafft! Nein! Was ist das? Abseits! Ja! Doch! Da hast du wenigstens was! Das ganze Publikum sind gleich aus! Nein! Nein! Das ist ein Fail! Wie lange dauert das Spiel eigentlich? 20 Minuten. Nein! Ja! Ja! Ich hab so gute Torwart! Ich hab so gute Torwart! Nein! 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 Die Spieler sind schneller als der Torwart. Wenn man mit ihm sprintet. Er ist ja immer noch mit dem Cock. Ich sprinte jetzt! Das ist das Sprinten mit dem Torwart! Oh, wieso hab ich gepasst? Ja, ja, ja! Jaiiii! Du drückst mir mal noch X! Scheiße, stimmt! Ich bin so gewöhnt, X zu drücken führen. Das war jetzt aber B! Und... Nein! Das war so das geile B! Oh nein! Der wird verkackt! Ehe, sieht ja hässlich aus! Der wollt! Weißt du, wer das ist? Nein, Ronaldo! Ich komme mal kurz. Das ist Modric. Ich glaube, das ist Modric. Ja, Modric hat ja gelbe Haar. Am lockern. Ah! And you are an Aracenec. Ach! Das war jetzt ein Papier. Ich freue mich schon mal auf das. Nein! Ich freue mich schon mal auf MonsterCraft. So können wir es machen. Aha. Und dann kommt die zweite Folge heute. Wir nennen es jetzt nicht MonsterCraft. Nein! Modric! Das ist Modric. Der beste Spieler aus Groatien. Der hat auch bei der Band mitgespielt. Ja! Das war gerettet. Eindeutig gerettet. Das war nicht mehr da. Das war nicht mehr da. Ja! Ach, ich bin so... Ich hasse meine Spieler! Du hast mit es FIFA 15 zu spielen, aber du nimmst es auf. Oh! Oh! Das war... Das war... Das war... Wir nehmen gerade ja... Das ist mein Spiel. Oh! Wollte sie es noch kaufen? Was? Ist doch so, das ist mein Spiel. Hab ich jetzt... Nein! Du weißt gar nicht, wer der ist. Voll cool, oder? Ja! Voll cool, oder? Auch wenn es deine Idee war. Nein! Oh! Scheiße! Ich dachte, ich wäre der Typ! 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 Ich bin jetzt immer einfach nur durch das Aufnahmegewild. Okay? Echt? Achso! Nein! Moment, nicht alle durchs Aufnahmekreif. Nein! 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 Das ist das! Nein! Durch das Aufnahmekreif ein paar Geschossen! Ja, ja, du hast du das aufgenommen. Ja, ja, ich hab so geguckt. Wenn sie mal! 3-0 langwärdig. Das ist dann nicht immer. Bin ich besser, oder bin ich besser? Du bist besser! Ja! Nee, jetzt sehen du bist schlechter! Nein! Oh, ja, ja, ja! Das war der Knarren! Amazing! Amazing! Amazing Spider-Man! Amazing Spider-Man! Amazing Spider-Man! Amazing Spider-Man! Oh mein Gott, ich sehe fast gar nichts, weil dieses Ding im Weg ist! Ja, dann geh doch mal weg! Guck mal raus! Gutes, schnelles Passpiel! Ey, die passen einfach nur die ganze Seite! Ach so, scheiße! Wer zum Ding... Wer zum... Wo bin ich? Ey, der... X, 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 X! Ich grätsch jetzt einfach! Oh, das war echt mies! Ich hab aber schon mal gegen Papa verloren, weil ich das Spiel jetzt nur X gedrückt habe. Nein, komm! Das wird jetzt kein so, oder? Oh! Oh! Ausgedrückt! Nein! Was? Du war jetzt aber mein faul, oder? Du hast mich... Ja, du hast mich gefault, weil du mich festgehalten hast. Ah! Faul! Aber jetzt von dir, oder? Nein! Krasse! Gelbe! Scheiße! 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 Du! Ja! Wann sieht sie ein? Wann sieht er nicht die Unterschiede? Oh! Das ist wohl dumm! Na! Ja! Na! Na! Na, am wenigsten sind sie jetzt raus! Hä? Hä? Was ist denn da jetzt? Oh mein Gott, er bekommt den Ball nicht? Oh mein Gott, das war einer Fail! Ah, ich auch! Ich rück den Ball! Wie lässt du meinen Fallen? Y Nein! Nein! Komm, lass uns das mal angucken! Es war süß! So ein Tor habe ich auch mal geschossen! Er hat abgenommen und dann bloß noch viel cooler von mir! Ich habe mit A ein Tor geschossen! Ich habe mit A ein Tor geschossen! Ey, von mir war es bloß viel cooler! Mhm! Wo hast du den schon mal gespürt? Der habe ich! Wo hast du den schon mal FIFA 15 drauf gespielt? Bei mir gerade! Oh nein! Stimmt, bei mir hast du ja schon mal gespielt! Aber, also wir haben beide nix von uns! Aber wir nehmen bei ihnen auch weiter das Aufschlösen! Ach, warum rennt der dann weg von dir? Na! Jetzt, jetzt, jetzt will ich einfach mal auch ein Tor noch mit dem Tor nachher geschossen! Du wolltest es auch machen! Wenn du ein Risiko sogar eingehst gegen einen besseren! Dann will ich das auch machen! Mit einem schlechteren! Hey! Ja zu mir! Ah, das bin ich! Das wusste ich gar nicht! Ich habe gar nicht gemerkt! Hey! Hey! Achso, der bin ich! Nein! Jetzt bin ich der! Jetzt bin ich der! Jetzt bin ich der! Hey! Achso, der bin ich! Und der geht an ihm! Ika Cassias macht den Fan! Man nennt ihn ab jetzt auch noch noch nur Cassias! Oh, shit! Ich dachte nicht. Wieso ist das Spiel mitgepasst, Lidl? Hm? Wieso ist das Spiel mitgepasst, Lidl? Ach so! Ich dachte, ich renn dir die ganze Zeit hinterher. Irgendwann hab ich nicht gewundert, warum meiner so rot ist. Und dann... Ich würde eigentlich nicht mehr weinern. Kessel! 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 Oh Mann, ich bin... Hä? Warum freust du das denn jetzt? Das ist schon ein hartnächtiges Schiff. Du bist es nicht. Ich bin der. Nein, ich bin der, der gerade den Ball hat. Nein, bist du nicht? Ich bin's. Ich hatte gerade mal gewusst, der mich verfolgt hat. Hä? Das war ein Scherz. Ja, guck! Sag ich! Nein! 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 Ach so! Scheiße! Kacke! Hä? Du bist am Schluss? Ja. Nein! Ich dachte, du wärst der! Ich dachte, ich renn zu mir! Nein! Zurück! 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 No! Ich hieß ein Eintor! Oh! 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 Können wir nicht mit Rückpass reden? Jetzt aber jetzt, 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 jetzt! Ja, 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 oh, ja, Baby, der ist drin. Nein! Hey, aber der sollte doch aufkommen, Junge. Und eventuell. Der schiesst doch nicht im Unterwegs. Über den Weiß rennt. Ach, Junge, wenn nicht nur. Ich bin ja einfach mit dem Pfeil drauf. Ich fände einfach zurück. Alle, 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 also jetzt, 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 der fehlt, das ja umnützt. So, wenn wir in dem Saugarten gelöst haben und so ganz einfach war das eben nicht. Ganz einfach war das Film nicht? Also, jetzt noch eine Frage. Wollen wir das? Wollen wir das doch nach Minecraft aufnehmen oder nicht? Wollen wir das jetzt wieder morgen machen? Das können wir auch morgen oder übermorgen machen. Oder fährst du... Hab ich einen? Ja. Nein, ich hab... Fährst du etwa in den Urlaub? Nee, ich nicht. Ah, das ist mein... Ach, ich auch nicht. Dann können wir noch ein bisschen mehr machen. Könnt ihr auch überhaupt nicht mehr FIFA aufnehmen? FIFA! Juhu! Natürlich werden auch Minecraft kommen, ähm, Letzt. Wir haben ja nie noch Minecraft auf jetzt. Ja. Wie viel länger dauert das Spiel noch? Keine Ahnung. Achso, ich hab etwa geschätzt sieben Minuten. Sieben, acht Minuten dauert das Spiel jetzt noch. Dann können wir noch ungefähr... Wie sie Minecraft laufen nehmen und keine Ahnung, was wir da noch machen. ACH! Ach man, ich bin nicht... Ich bin so confused. Äh, ich bin... Ja, 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 ja! Nein, 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 doch nicht. Das ist mehr als das Gang. Was macht ihr denn da? Na? Ja, ja... Das ist die Wahrheit. Ja, ja. Ich hab ihn. 55 cm, was geht es? Läuft doch nur die Zeit? Äh, ja, da oben. Also jetzt noch nicht, du musst ja anstoßen, umso schneller geht das. Es gibt ja immer Zeitverzögerung, wenn wir zum Beispiel auf Freizeit raus klicken. Zeitverzögerung oder wenn jemand einen Abstoß nicht macht, Zeitverzögerung. Achso, da oben läuft die Zeit. Geh jetzt noch mal an Augen. Das war faire Ballabnahme. Ey, das war faire Punkt. Es muss aber, es muss aber Freistoß jetzt für mich sein. Hä? Ich hab aber ein B gemacht. Ja, hallo, ich hab ein B auch schon mal Rote bekommen, aber ich sag nichts. Ah, der Name! Was? Das ist der Name! Ich hab's schon... Ich hab's schon mal... Oh, ja, da. Oh, ja! Oh, ja! Habt ihr das gesehen? Ja, da hat der Controller vibriert. Nein, oder? Nein! Mein Controller ist... Hä? Achso, ich hab mal Erfolg bekommen. Jetzt aber mal ein Abstoß. Was? Du hast durchstachtest sich! Ich hab's durchstachtest, was ist das? Ja, das ist hier. No! Er ist so weit hin. Was ist bei ihm? Er läuft! Er läuft! Er läuft jetzt also meine Hände. Noch mal ein bisschen zu retten. Also vielleicht, wir werden es diese Woche wahrscheinlich nochmal zusammen eine Runde FIFA aufnehmen. Können wir uns jetzt nicht bespringen, Mann? Nee, ich kann nur bespringen. Ich bin mal ganz langweilig. Ich habe gerade kurz auf die Aufnahme geguckt. Ich habe gerade noch eine Runde gespringen. Die ist Hannes Rodriguez. Der ist Hannes Rodriguez. James. James Rodriguez. James. So, das wird mir jedenfalls nie erzählt. Ich werde das Buch geschrieben. Über einen steht James, aber man, er wird James aufgesprochen. Hä, was? Den, ich hatte den beide an. Ja, klar. James, der ist James. Warum sagen die James? Der ist James wirklich auch geschrieben. Aber er heißt Hans. Der wird Hans aufgesprochen. Seine Hüfte. Wenn es jetzt nicht stimmt, könnte ich es noch mal sagen. Aber... Ach, Scheiße. Boah. Ich hatte ihn eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf gleicher Höhe gesehen, aber... Nein, zu all meinen Freistoß. Ah, ne, bei dir ist einer verletzt. Motric ist verletzt. Motric? Ja, ich wechsle Motric auch aus, okay? Motric, Motric, wo ist der? Da. Wo? Ja, der. Der? Nein, der. Der. Gegen Isco, okay? Mach mal gegen Isco. Isco? Ja, A. Gegen den? A. Jetzt B. Jetzt haben wir wieder die gleiche Aufstellung. Und es kann losgehen! Ah, ne! Jetzt haben wir einen Torwart im Tor schießen. Jetzt will der Torwart zeigen, dass er ein Triebelkönig ist. Hoffentlich geht das gut. Oh! Ich hau diesen Torwart. Ich hau diesen Torwart. Oh! Oh! Nein! Was ist? Nein! 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 Gleich machen wir noch eine kleine Versuch in meinen Kopf. Wo ich mich dann richtig drauf freue! Wieder im Konvers hier um die letzte Folge. Deine Isco oder meine Isco? Keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Nein! Das ist mein Isco, oder? Der neue Eingewirkt. Ja! Mein Isco. B, oder? Ja! Mein Isco. B, oder? Ich tue nur B. Ich weiß jetzt nicht, was du willst. Nein! Pff! Nein! Nein! Ja! James Rodriguez! James Rodriguez! Das heißt Hummus, die 10.000 von der Mann. Die Gegenspieler wissen? Ja! 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 Auf jeden Fall! Oh Mann! Ich hoffe, das Spiel ist jetzt gleich zu Ende. Echt? Ja! Wenn du keinen Bock mehr hast, dann mache ich einen Jolo-Angriff. Ich brauche keinen Bock mehr. Oh Mann! Hach so Scheiße! Das meinspiele ich hier mit meinem Torwart vorgehen! Oh! Mann, ich werde mit meinem Torwart vorgehen! Nicht mit diesem Scheiß Labernbarten! Hä? Was zum Torwart? Wieso schießt mein Torwart nach vorne? Ich wollte kein X trocken! Jetzt ist ein Scheiß... Jetzt bekommst du einen Durchgang. Na, oh! Hä, ich hab Passen gedrückt! Zu spät. Nein! Wieso klappt das nicht? Wieso klappt das nicht? Ich will jetzt einfach nur das kleine kleine Störtchen... Oh, ich will nur meine Witze keine Störtchen schließen. Da muss er noch vor Platz gehen. Warum gibt der Schieser da nur zwei Stück? Also das ist tatsächlich ein Landvollsieber da. Muss er hier? Was im Kopf haben, der Schieser da nur macht, ist das Geld. Das ist unfair. Zwei Freistoße hintereinander. Das ist unfair. Ah, ich muss das genau... Ich hab innen auf den Mann gezielt. Genau. Genau auf meinen Torwart. Hast du genau auf meinen Torwart gezielt? Ja, ich wollte ihn vernetzen. Ja, das wird mir schon leicht. Das ist eine harte Wirkung. Wenn der jetzt reingeht... Oh! Wer der drinnen, wer der drinnen, wer der drinnen... Das ist toll, das hier auf dem Nutz. Oh, dein Torwart... Der Torwart kann so schnell rein. Sehr geil. Na, ich hab passen getroffen. Mein Torwart ist schneller als eine Banane. Sprüche, was hab ich mir gerade ausgedacht. Alter, hat gegen heute gepasst. Und ein bisschen langweilig. Na, mich. Na, na. Na, ich hab mir viele gebraucht. Ich hab viele gebraucht. Die sagen ja manchmal blind und blendend. Das ist dumm, finde. Ah, das ist aber jetzt eine Ecke. Ich mach jetzt mal die Fehl-Ecke. Nee, warte. Das ist jetzt die Fehl-Ecke. Du musst jetzt mal Ecke machen. Die Zeit läuft nämlich nicht. Nein, das war dein Spieler! Nee, das war dein Spieler. Oh, du hast gerade fast eine Ecke gemacht. Ja, nee, das war dein Spieler. Nein! Du hast auf mein Tor geschossen, doch. Nein, hab ich nicht. Doch, mal rechts gedrückt. Ja, dann hast du mit X drauf geschossen. Nein, hab ich nicht. Doch, ich hab auch nicht geschossen. Warum schreckt der? Oh, 90. Minute mit. Jetzt 10-0 schaff ich noch. Nee, ich schoss ihn nicht mehr. Oh, leider auch vielleicht. Ich schaff jetzt mein 10-0. Oh, ich will das schaffen, also ich schaff es doch. Hä, ist aber schon neunzigste Minute. Ja, Nachspielzeit. Wenn du das davon gedacht? Ich hab auch schon manchmal Nachspielzeit. Nein! Oh! Ich muss mal 10-0 schießen. Hier, ich bin frei! Dieser Spieler, der vor mir steht da frei, der ihm passen könnte. Koppelz. Ja, ich bin frei! James Golding, ist. Sie sitzt mit James' Tor. Ja, ich bin frei. Auf einmal sind die Tor. Jetzt ist er frei. Wolltest du die Mannschaft, die so dreht? Prost! Na klar, sind die Storbeschuhe ledig. Ach man, ist das so dumm. Ich will jetzt einfach nur kriegen, dass er ja kein Tor schießt. Nein! Ich will ein Tor mal schießen! Hast du noch nie ein Tor geschossen? Nee, du hast ein Tor in der letzten Folge. Scheiße, scheiße, scheiße! Nein! Ich drück auch zu lange X! Du musst B drücken! Nicht X! Nee, alle! Damit beenden wir die Aufnahme und... Ja, alle, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Tschau!